Ich hatte Ihnen eben schon angekündigt, Alexander Sander ist bei mir vom Verein Digitale Gesellschaft. Das ist ein Berliner Verein, der sich für die Einhaltung von Grundrechten, für die Einhaltung von Menschenrechten und für den Verbraucherschutz im Netz einsetzt. Ich sage Hallo und herzlich Willkommen. Hallo, vielen Dank. Schön, dass du wieder da bist. Beim letzten Mal hast du mit meiner Kollegin Nadine Kreuzer über den Zugriff von Staaten und Geheimdiensten auf verschlüsselte Kommunikation gesprochen. Heute wollen wir über die Vorratsdatenspeicherung sprechen, beziehungsweise das Speichern von Fluggastdaten. Bereits vor fünf Jahren, habe ich heute gelernt, hat die Europäische Kommission ihren Vorschlag zur Speicherung von Fluggast- beziehungsweise Reisedaten vorgelegt. Warum brennt euch das Thema jetzt gerade aktuell wieder unter den Nägeln? Es ist so, dass in den letzten fünf Jahren intensiv zwischen den drei EU-Institutionen, dem EU-Parlament, dem Ministerrat, also wo die Mitgliedstaaten der EU vertreten sind und die EU-Kommission verhandelt haben über diese Einführung der Vorratsdatenspeicherung von Reisedaten. Jetzt ist es soweit, dass man einen Kompromiss gefunden hat und hier der Innenausschuss des EU-Parlaments schon grünes Licht für diese Vorratsdatenspeicherung von Reisedaten gegeben hat. Jetzt kommt Anfang Februar im Plenum des EU-Parlaments, also wo alle Abgeordneten sich zusammenfinden, die finale Abstimmung und dann wird eben voraussichtlich diese Vorratsdatenspeicherung auf den Weg gebracht werden. Wenn ich das Wort Kompromiss höre, habe ich den Eindruck, da hätten sich politische Kräfte auch für die Rechte von Bürgern und Bürgerinnen eingesetzt. Das scheint aber nicht weit genug zu gehen. Also ist es so, dass in der Vergangenheit das EU-Parlament schon einmal gegen diese Vorratsdatenspeicherung gestimmt hat, beziehungsweise der Innenausschuss. Also es gab schon mal eine relativ starke Bewegung gegen diese Vorratsdatenspeicherung. Dann aber im Zuge der Terroranschläge, die jetzt jüngst wieder stattgefunden haben, ist die Debatte wieder aufgeflammt, aufgebrannt. Und der Ministerrat, also die Mitgliedstaaten, vor allen Dingen hier die Innenminister, haben Druck auf das EU-Parlament aufgebaut und so eben den Innenausschuss zu einem Ja zu dieser Vorratsdatenspeicherung bewegen können. Was soll genau gespeichert werden, beziehungsweise was wird bereits gespeichert? Also es ist so, dass schon seit vielen, vielen Jahren Airlines sogenannte Reisedaten sammeln. Das brauchen sie, um eben einen bestimmten Service während des Flugs anzubieten. Das ist ganz verständlich. Wenn ich eben einen besonderen Essenswunsch habe, dann soll er eben erfüllt werden. Einen bestimmten Sitzplatz möchte ich haben als Reisender möglicherweise Anschlussflüge. Und so kommen bis zu 60 Einzeldaten pro Passagier und pro Flug zusammen. Also eben auch Informationen über den gesundheitlichen Zustand eines Reisenden, Zahlungsinformationen, Informationen, mit wem ich zusammenreise. Also kommt einiges zusammen und das wird für den Airlines gespeichert. Und auf diese Daten soll jetzt eben auch zugegriffen werden. Diese Daten sollen für fünf Jahre auf Vorrat gespeichert werden. Und Ermittlungsbehörden sollen eben diese Daten nutzen können, um im Kampf gegen Terrorismus und schwere Kriminalität effektiver arbeiten zu können. Jetzt hast du gerade schon gesagt, es haben auch in der jüngsten Vergangenheit wieder terroristische Anschläge stattgefunden. Die sind ja durch diese Vorratsdatenspeicherung offensichtlich nicht zu verhindern. Oder macht sich da die Europäische Kommission, macht sich das Europäische Parlament da was vor? Oder wie ist da eure Meinung zu? Also unserer Meinung macht man sich da sehr wohl was vor, denn es gibt nach wie vor keinen Beweis für diesen Nutzen dieser Datenspeicherung. Und das ist eigentlich auch ein elementares Problem. Man führt hier also eine Maßnahme ein, von der man überhaupt nicht weiß, ob sie irgendeinen Einfluss auf die Terrorismusbekämpfung überhaupt hat. Und man hat ja auch in der Vergangenheit gesehen, dass die meisten dieser Terroristen auch schon vorher im Visier der Ermittlungsbehörden waren. Dass also bestehende Elemente durchaus ausreichend sind. Und von daher sprechen wir uns unter anderem gegen diese Vorratsdatenspeicherung aus. Ihr sagt auf eurer Website zum Beispiel auch, dass eben Grundrechte und Bürgerrechte eingeschränkt werden natürlich mit dieser Datensammelwut. Warum ist es zum Beispiel so, dass durch das Verfahren die Unschuldsvermutung, die ein extrem wichtiger Teil unseres Rechtsverfahrens ist oder unserer Rechtsprechung ist, wieso wird die zum Beispiel außer Kraft gesetzt? Also das Kernproblem ist eben, dass jeder Reisende per se erstmal wie ein Verdächtiger behandelt wird. Das bedeutet eben, dass diese Daten von jedem Reisenden für fünf Jahre gespeichert werden und auch ständig ausgewertet werden. Also man ist ständig über diese fünf Jahre Teil einer Datenauswertung, wird eben behandelt wie ein Terrorist. Und eben aus diesem Datensatz werden dann aktiv neue Verdächtige generiert. Und das ist eben eine absolute Umkehr dieser Unschuldsvermutung, dass man eben nicht per se erstmal sagt, du bist jemand Unschuldiges und wir ermitteln erst, wenn wir einen konkreten Tatverdacht gegen dich haben, sondern dass hier schon direkt mit dem einfachen Betreten eines Flugzeuges der Verdachtsmoment kreiert wird. Wir haben gestern über einen Film gesprochen, der gerade noch gedreht wird. Da geht es darum, dass viele Leute ja sagen beim Thema Massenüberwachung, ich habe nichts zu verbergen. Das Nothing-to-hide-Argument wird es auch genannt. Da wird es wahrscheinlich auch Leute geben, die täglich im Flugverkehr unterwegs sind und die sagen, ja, sollen die Leute ruhig speichern, was ich als Fluggast an Daten hinterlasse. Das macht mir nichts aus, denn ich bin ja eben nicht in einer terroristischen Vereinigung. Was muss man diesen Leuten sagen, damit sie die Reichweite dieses Themas verstehen? Also ich denke, wenn man einen Blick in die Vereinigten Staaten von Amerika wagt, dann sieht man, was die Konsequenzen solch einer Fluggastdatenspeicherung sein können. Dort werden sogenannte No-Flight-Orders ausgesprochen. Das bedeutet, Leute werden daran gehindert, ein Flugzeug zu betreten, weil eben diese Daten analysiert wurden. Und wenn man sich anguckt, welche Ergebnisse da zutage gefördert werden, nämlich dass zum Beispiel dreijährige Kinder auf solch einer No-Flight-List stehen, weil sie in Verbindung mit terroristischen Aktivitäten stehen, dann muss man sich schon fragen, ja, ob dieser Eingriff in die Reisefreiheit, was ja auch ein Menschenrecht ist, denn noch gerechtfertigt ist oder nicht vollkommen absurd ist. Also hier sieht man, welche Fehler durch diese Datenanalysen entstehen können und welche weitreichenden Konsequenzen das am Ende hat. Und wenn man das runterbricht auf innereuropäische Reisen, stößt das natürlich auch gegen die Schengen-Vereinbarung. Davon kann man ausgehen, wenn eben innereuropäische Flüge überwacht werden. Dafür haben sich die Innenminister der EU bereits ausgesprochen, dass sie das einführen wollen, dass dann eben im Grunde digitale Grenzkontrollen aufgebaut werden. Und das war ja nicht der Sinn der Schengen-Vereinbarung. Was fordert ihr jetzt vom Europäischen Parlament und inwiefern ist es aus eurer Sicht sogar erste Bürgerpflicht, sich vielleicht gegen die massenhafte Speicherung von Fluggastdaten einzusetzen? Also es ist so, dass der Termin jetzt naht. Eben erste Februarwoche wird damit gerechnet, dass die Abstimmung auf der Tagesordnung steht. Hier fordern wir natürlich von den Abgeordneten des EU-Parlament, sich gegen diese Vorratsdatenspeicherung auszusprechen. Im Übrigen gab es ja auch schon ein EuGH-Urteil, also ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs zur Vorratsdatenspeicherung von Kommunikationsdaten. Eine klare Absage an solche Maßnahmen. Und hier muss man sich eben auch zum Beispiel an dem Gericht orientieren, an den juristischen Diensten des EU-Parlaments, die alle sagen, dass diese Maßnahme gegen EU-Grundrechte verstößt. Und von daher fordern wir die EU-Abgeordneten auf, die Charta der Grundrechte nochmal genau zu lesen und dann entsprechend gegen diese Maßnahme zu stimmen. Von den Bürgerinnen und Bürgern würden wir uns wünschen, dass sie sich eben direkt an ihre Abgeordneten wenden und hier zum Beispiel durch Telefonanrufe oder E-Mails oder eben auch über soziale Netzwerke mit den Abgeordneten in Kontakt treten und von ihnen fordern, gegen diese Vorratsdatenspeicherung zu stimmen. Wir haben gestern im Gespräch auch festgestellt, dass es eigentlich absurd ist, dass man sich in eine Überwachungssituation quasi freiwillig hineinbegibt heutzutage als Bürger und Bürgerin. Wir haben da auch nochmal zurückgeblickt auf die Überwachung zum Beispiel in der ehemaligen DDR, wo ja der Staat quasi von oben herab gesagt hat, wir überwachen und niemand hat sich da quasi freiwillig daran beteiligt. Heutzutage ist es aber so, dass die Leute auch durch ihre Verhalten im Netz oft den Anschein erwecken, als würden sie sich quasi freiwillig in so ein Überwachungssystem hineinbegeben. Es ist allerdings auch so, dass ich mich auch freiwillig dem Gegenüber verschließen kann. Also ich bin nicht gezwungen, ein Facebook-Profil zu haben. Ich bin nicht gezwungen, bei Facebook alle meine Informationen öffentlich zur Schau zu tragen. Also es gibt ja da gerade eben in diesem privaten Bereich die Möglichkeit, bestimmte Dienste zu nutzen oder eben nicht zu nutzen. Es gibt, wie wir eben auch letzte Woche schon angesprochen haben, zum Beispiel die Möglichkeit, seine Kommunikation zu verschlüsseln. Also hier gibt es einige Möglichkeiten, seine eigene Privatsphäre besser zu schützen. Bei solchen Maßnahmen, wie eben diese Vorratsdatenspeicherung von Reisedaten, kann man sich dem aber eben nicht entziehen, es sei denn, man verzichtet auf das Reisen. Und das kann ja nicht der Sinn der Übung sein. Das heißt nochmal ganz im Klartext, wie soll man sich am besten verhalten? Wie kann man seine Stimme jetzt nochmal erheben gegen die Speicherung von Fluggastdaten? Wie gesagt, am besten deutsche EU-Abgeordnete kontaktieren. Man kann alle EU-Abgeordneten kontaktieren, aber dann am besten in der Landessprache. Das mögen die am liebsten. Von daher am liebsten deutsche, österreichische EU-Abgeordnete kontaktieren und sie aufzufordern gegen die Fluggastdatenspeicherung, gegen das EU-PNR, wie es in dem EU-Sprech heißt, zu stimmen. Passenger Name Record ist das Wort oder sind die Worte, die abgeschürzt werden unter PNR. Ich sage an dieser Stelle erstmal vielen Dank, Alexander Sander, für deinen Besuch bis zum nächsten Mal. Wer noch mehr Informationen zum Thema braucht, der geht einfach vorbei auf der Website der Digitalen Gesellschaft. Die findet ihr unter, macht Sinn, digitale-gesellschaft.de. Wichtige Informationen sind auch nochmal zusammengefasst unter der Adresse nopnr.org. Und auf der digitale-gesellschaft.de-Website könnt ihr auch Videos von unseren Gesprächen hier bei Flux FM angucken. Da ist das Video von der letzten Woche mit Nadine Kreuzer schon hochgeladen und auch das Gespräch, das wir jetzt gerade noch führen, wird quasi in wenigen Minuten digitalisiert und hochgeladen. Und wir sehen uns dann in der nächsten Woche schon wieder. Weißt du schon, über welches Thema wir dann sprechen werden, Alexander? Gut möglich, dass wir über Safe Harbor reden. Hier werden die Safe Harbor-Bestimmungen ja neu geschrieben werden müssen. Und da läuft Ende Januar sozusagen die Frist auf, wo sich Unternehmen positionieren müssen, wie sie künftig den Datentransfer zwischen Europa und den Vereinigten Staaten von Amerika organisieren wollen. Alles klar, auch nächste Woche wird es also wieder interessant. Am Mittwoch um Viertel vor fünf bis hierhin aber nochmal vielen Dank, Alexander Sander. Ihr guckt auf die Webseite da draußen, www.digitalergesellschaft.de oder ihr schaut unter www.nopnr.org nochmal nach, welche Informationen da besonders wichtig sind. Und da gibt es dann auch nochmal die Hinweise darauf, wie man sich am besten an Abgeordnete des Europaparlaments wendet. Vielen Dank, Alexander. Sehr gerne. Ciao. Flux FM In digitaler Gesellschaft In digitaler Gesellschaft Ja, sehr gerne, sehr gerne. Ich bin digitaler Gesellschaft